Wir haben Dienstag, den 7.02.2017, es ist 11.44 Uhr und mein YouTube-Kanal BarnardTV hat 337 Abonnenten und 56.200 noch was Klicks, liebe Leute. Heute geht es um das mysteriöse Abonnenten-Paket, das mich vor einigen Tagen erreicht hat. Wie ihr wisst, liebe Leute, hat mir ein Abonnent zukommen lassen. Ich wusste erst mal nicht, was drin ist, dann habe ich reingeguckt. Und es sind ganz viele Ferrero-Köstlichkeiten. Ganz viele leckere Sachen sind hier drin. Hat quasi ein Abonnent gesponsert, finde ich wunderbar, vielen Dank nochmal dafür. Aber, da war ja auch noch ein schöner Zettel drin, der liegt hier noch irgendwo, hier. Nichtsdestotrotz, ja, befinde ich mich immer noch nicht mehr in der radikalen Hardcore-Diät wie im ganzen Januar, aber immer noch auf Diät, liebe Leute. Und so habe ich mir überlegt, dass ich dieses schöne Paket hier verlosen möchte an die Community. Vielleicht steht einer mehr auf Süßigkeiten aktuell als ich. Und habe euch aufgefordert, beim letzten Video unter das Video zu posten, Stichwort Paket. Und dann nehmt ihr an der Auslosung teil. Ja, das haben dann natürlich, das Video kam erstens übergut an, ja. Also, hat mich natürlich sehr gefreut, wenn es was zu gewinnen gibt. Ja, dann sind die Leute am Start, so wie es aussieht, ja. Nichtsdestotrotz dachte ich eigentlich, okay, ey, da sind jetzt bestimmt, wo sind die ganzen etablierten Teilnehmer, von denen man ja öfter hört, hier bei der Burnout-TV-Community und so. Aber irgendwie haben da ganz viele Leute mitgemacht. Unter anderem auch Leute, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe in der Burnout-TV-Community. Und erstens die Frage, warum macht ihr nicht öfter mit? Und zweitens seid ihr nicht irgendwie zufällig Zweitaccounts von irgendwelchen Leuten, die schon mitmachen, um die Chance zu steigern, ja. Ja gut, es ist euch überlassen, ja. Ich möchte ja niemanden verurteilen, aber nichtsdestotrotz, falls ihr echte Menschen seid, ja, warum schreibt ihr nicht öfter mal irgendwie einen schönen Satz oder kommentiert irgendwas oder nehmt einfach öfter mehr mit, mehr Teil an der Burnout-TV-Community, liebe Leute, ja. Naja, nichtsdestotrotz habe ich jetzt alle Leute, die mitgemacht haben, jetzt mitmachen wollen beim Gewinnspiel, habe ich mir schön säuberlich rausgeschrieben auf dem Zettel, alle Namen einzeln. Habe sie natürlich hier in die Wunderbox von Burnout-TV in eine Shisha-Tabakdose Kokosnuss, Kokosnuss, hier reingemacht, die Teilnehmer, die es sind, ja. Und die werden wir jetzt schön auslosen, liebe Leute, ja. Und der Gewinner kriegt am Ende dieses schöne Paket, voller Ferrero-Köstlichkeiten. Ja, ihr müsst mir dann nur im Anschluss an diese Sendung bitte seine Adresse zukommen lassen, äh, auf Facebook Burnout-TV oder Burnout-TV-at-gmx.de, ja, ganz einfach, werden jetzt ziehen, ja. Ähm, sollte der Gewinner sich nicht melden, innerhalb von drei Tagen, wenn dieses Video rauskommt, ja, dann gewinnt der Zweite, ja, dann soll er sich bitte melden. Und wenn der sich nicht meldet nach drei Tagen, dann bitte der Dritte, ja, machen wir es so, ganz einfach. Also, fangen wir mal an, liebe Leute. Tut mir leid, Herr J7, ja, sie sind es leider nicht geworden, ja. Der erste, der rausgeflogen ist, ist ein guter Abonnent wie sie, tut mir sehr leid. Aber ja, aber was sollen wir machen, ja, vielleicht am nächsten Mal ein bisschen mehr Glück gehabt, ja. So. Einer der Abonnenten, von denen ich noch nie gehört habe, Herr Larry Criss, ja, tut mir sehr leid, ja. Vielleicht machen sie das öftere Mal mit hier in der Community, dann steigern sie auch ihre Chancen bei nächsten Gewinnspielen, liebe Leute, ja. So. Und ein weiterer Abonnent, von dem ich noch nie gehört habe, Herr Manikin, Manikin, oder wie man es aussprechen vermag, ja. Auch sie leider nicht der glückliche Gewinner dieses wunderbaren Pakets eines Abonnenten. Voll mit Ferrero-Köstlichkeiten. Sehr geehrter Herr Rubin, SGE, leider sind sie auch nicht der glückliche Gewinner dieses wunderbaren Pakets. Es tut mir sehr leid, aber sie sind ja einer der etablierten Teilnehmer hier. Sie werden sicherlich in Zukunft irgendwas mal hier abstauben, garantiere ich ihnen. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, wirklich sehr, sehr leid, Herr Endless Pain All. Ich hätte es ihnen wirklich gegönnt, vom ganzen Herzen, dass sie das Paket hier abstauben, ja, mein guter alter Freund hier. Ja, was soll ich sagen? Fair ist fair, ja. Tut mir sehr leid, ja. Ich hätte sie noch persönlich nach Hause gebracht, ja, nach San Diego, ich weiß ja, ihre Adresse und so. Auch ihnen, JDR, Jasmine, ein sehr, sehr guter Freund von mir, ja, auch Abonnent seit der ersten Stunde schon vor langer, langer Zeit vor YouTube. War ja auch Supporter des rechtmäßigen Königs von YouTube. Es tut mir auch sehr leid, dass sie es nicht geworden sind, ja. Ich hätte sie ihnen auch von ganzem Herzen gegönnt, wirklich. So, sind jetzt noch... Fünf. Das wird spannend, liebe Leute. Auch an sie tut mir sehr leid, mein guter Freund, Herr Rap Fan, ja, ihnen hätte ich es auch sehr gerne gegönnt, ja. Tut mir leid, aber sie sind ja ein sehr aktiver Teilnehmer, auch sie werden demnächst etwas abstauben, ja. Zu ihnen sage ich gleich noch was. Okay, quasi Platz 4, ja, der nicht in den Top 3 drin ist. Jojo Irgendwatt, ein wunderbarer Name, aber auch von ihnen habe ich noch nie was gehört, ja. Vielleicht ändert sich das ja in Zukunft. Fürs nächste Mal viel Glück, tut mir leid, dass es diesmal nicht geklappt hat, Herr Jojo Irgendwatt. So, kommen wir zu den Top 3, liebe Leute. Ganz knapp dran vorbei, es tut mir sehr leid an Marco, the German Englishman, ja. Ich hätte es ihnen auch sehr gegönnt, ja, sehr, sehr guter Tipper im Burnert-TV-Bundesliga-Tippspiel. Aber sie sind Platz 3, wie gesagt, sollten sich die ersten zwei nicht melden, dann sind sie stolzer Gewinner dieses wunderbaren Paketes. Ja, ansonsten einfach weitermachen und dann auch für die Zukunft toi 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 und viel Glück kommen wir jetzt zu demjenigen, der ganz knapp dran vorbei ist. Platz 2, ja. Es tut mir wirklich sehr, sehr, sehr leid an Nilt mit 3 E, ja, zweiter Platz. Sollte sich der Gewinner nicht innerhalb von drei Tagen melden und mir seine Adresse zuschicken, dann sind sie der Gewinner, ja. Ich hoffe, ja, vielleicht, ich drücke ihm die Daumen, vielleicht passiert es ja. So, und stolzer Gewinner des Burnert-TVs, Abonnenten, mysteriösen Paketes voller Köstlichkeiten von Ferrero ist, denkt euch jetzt den Trommelwirbel, ach so, warum schüttel ich noch, ist nichts mehr drin. So. Herr Benni G, ich gratuliere Ihnen zu diesem wunderbaren, köstlichen Paket von Ferrero. Es ist eine wunderbare Sache, Sie haben gewonnen, rechtmäßig, ja. Ich gratuliere Ihnen, melden Sie sich bei mir innerhalb der nächsten drei Tage nach Erscheinen dieses Videos und dann werde ich Ihnen dieses wunderbare Paket zukommen lassen, ja. Sollten Sie sich nicht melden, ist bitte Nils derjenige, der sich bei mir meldet und sollte Nils sich nicht danach innerhalb von drei Tagen bei mir melden, ist es Marco, der German-Englishman, liebe Leute, ja. In diesem Sinne kann ich nur sagen, es war eine wunderbare Sache, es freut mich sehr, euch eine Freude machen zu dürfen, ja. Solltet ihr weitere Sachpreise haben, die ihr nicht braucht oder irgendwas, die ihr mir gerne zuschicken wollt, ja. Wenn sie mir ganz toll gefallen, behalte ich sie, wenn nicht, dann verlosen wir sie auch, ja. Und ansonsten möchte ich an dieser Stelle nur nochmal anmerken, dass ja gerade auch die zweite BannerTV-Clickbait-Challenge läuft, ja. Die ist ja wenig untergegangen irgendwie, äh, nichtsdestotrotz, lieber Herr Maratrix, Cloud Rider und Rap-Fan, ja. Ich habe Ihnen, äh, Ihre Fragen beantwortet, ja, ich habe Videos gemacht und Sie sind online, ja. Es liegt an Ihnen, diese zu verbreiten, ihr habt noch wenige Tage, um, äh, 350 Klicks erreichen zu dürfen, zu können, zu müssen, ja. Und dann kann einer von euch 10 Euro gewinnen, ja. Sollte niemand, äh, kein Video, die 350 Klicks mag, erreichen, dann, äh, wird auch niemand die 10 Euro abstauben und der Jackpot für die nächste Runde wird nochmal ansteigen, ja. Es liegt in eurem Interesse, ich habe sie euch zur Verfügung gestellt, ihr müsst ihr es in Facebook teilen oder in Foren oder sonst wo, wo ihr halt so verkehrt oder was zu eurem Thema passt, liebe Leute, ja. In diesem Sinne, Box ist leer, ja, ich muss jetzt leider in die Uni ja davon abteuern, kein Bock, aber egal, muss sein. Ich wünsche euch alles Gute, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an Benny G und in diesem Sinne, haut rein, liebe Leute, äh, schickt mir alle eure Sachen, die ihr nicht mehr braucht. Ich nehme alles und verlose es, haut rein, ciao. Ich nehme alles und verlose es, haut rein, liebe Leute, äh, schickt mir alle eure Sachen, die ihr nicht mehr braucht.